So, Showday. Nachsinnig kommt Platz und ich glaube auch erst wieder gesitzt habe, am Pyjama, am Jogging. Mein erstes Essen, hätte ich eigentlich schon im Finne-Wahrer essen. Anscheinend bin ich ein bisschen verschlafen, das muss ich noch nicht essen. Ich kann doch nicht anderen dafür stressen, dass ich mich auch nicht. Jetzt haben wir schon fertig, dass jemand erstes und dann manchmal schon nicht gesitzt und ein Tor. Da ging ein Dägenmach und auf Wunsch mit der Kirche. Ja. Wup, wup. Bis dann. So, da sind wir. Wir bringen Hohen, wir bringen Make-up. Yay. Der Bikini. Bis die Mädchen noch und wir wollen schon Platz ricken. Moment, ich weiß nicht, ich denke ja. Der ganz rasch. Das ist es. Das war's. Ich fand die Knoppelkisse. Ja. Auf dem Haus. Ja. Ich fand die Knoppelkisse. Das ist das. Das war's. Ich sagte die Knoppelkisse in die Vanafine. Das war's. Ich bin auch Anna wieder bei meinem Coach Sie sind immer drüben geschminkt, aber das muss man sehen, wenn es um ein Kind geht Sie sind ziemlich stolz über mein Resultat Das ist ... Das wird ich nicht oft machen Ich bin auch wieder bei meinem Coach Ich werde einen Check-up machen und gucken was es zu sehen Ich finde es gut Soma an Reis gießen als Frühstück Das ist echt noch gut in den Stuhl Das sind definitiv Sachen Wenn ich lange nicht viel Reis sollte Das ist dann auch Soma an Reis als Frühstück Mit Frieden, mit Genuss Man fängt eben Sachen zu essen Ich bin in Wien Von allen anderen Menschen in den Husten Das ist schon zum Beispiel gestern Und meine Reis war viel Hunde gemacht Und dort habe ich meinen weissen Fisch gelöst Und schon ein Kies Okay, das war nicht eklisch Wir können noch Ideen Einfach einmal für sich diese etwas mehr interessant zu gestalten Also kommen gute Sachen dabei raus Also sind sie komplett Müll Das gehört dazu Ja, ich muss schauen Wenn ihr beim Coach raus könnt Oh, Feiergerät Holy Moly Wie geil Ich bin immer schon bald Wenn ich bei meinem Coach sehe Für den Rest Ich versuche es zu viel wie es nicht mehr geht Am Backstagebereich Ich habe es natürlich nicht zu filmen Weil durch meine Leute Ein bisschen wie nackig sind Ich versuche es nicht mehr Ich versuche es nicht mehr so viel wie es nicht mehr geht Andréger aufzufilmen und anzuholen Ich hoffe, dass ich verspreche oder nein Ich könnte es nicht mehr Ich bin auf jeden Fall mein Bestes Das ist nicht so ordentlich Wenn ich noch ein bisschen gestresst habe Und auf der Bühne lebe Ich beizte uns für die Essen Bis zum nächsten Mal Ciao, ciao Oh putain Wow Heute dreATE ich Schön Somt Ja! 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 Wooh! So, die Leute! Es ist ein Treck von der Kompettition. Es wird absolut nicht geboren. Aber ich will jetzt mal wissen, was ich hier ist. Eine ganz banale Tiefkühlpizza. Seit vier Wochen will ich eine Tiefkühlpizza. Und es schmeckt schon seit zwei Jahren keine Tiefkühlpizza. Mir gibt es mehr. Ich habe keine Tiefkühlpizza. Ich will sie knusprig backen, das von Strabaisen geht. Und in den letzten zwei Minuten, wenn ich eine Tiefkühlpizza bin. Ich hätte es am liebsten ein Jahr gehabt. Das habe ich mit dem am nächsten. Ich will nur noch gehen. Ich schaffe nur durch mich. Da gibt es keine Tiefkühlpizza. Ich denke, das ist normal. Und dann? Und dann? Die haben ich noch nicht getestet. Das ist ein gutes Birthday-Cake. Und dann sind auch noch pure kleine Geschichten. Das ist ein bisschen Nasselereien, die ich will testen. Ich weiß nicht, ob ich alles packen muss. Und dann darf ich die Pizze machen. Und dann muss ich die Sachen machen. Ich weiß nicht, Stefan. Mir braucht es mir scheinbar noch ein bisschen Raum. Weil du lebst immer Schminkzeug. Anmassen von den Meilen. Und dann ist meine Kurve. Und du lebst alles voll. Und wenn du da bist, dann vergnügen. Alle sind froh. Ich muss auch mal sagen, ob ich da will. Ich bin sehr happy. Ah ja, apropos Resultate. Es ist schon fünf Platz für fünf. Es hat aber gar nicht so schlimm aus. Sie ist wirklich zufrieden mit mir. Sie ist schon gut mit mir geschafft. Ja. Ich sehe. Ich arbeite mit Rüschern, wie es dort lässt. Ah. Und ich weiß, es führ'n allen schon ungefähr fünf Wochen. Und ich lege es schaffen. Ah, du hast noch ein bisschen. Das wissen wir. Wir dürfen so arbeiten aber ganz okay. Für Wellness. Ich habe schon ein Puppes gekriegt. Darüber sind ich froh. Ich habe schon weh gekriegt. Darüber sind ich auch froh. Alles schon hart geschafft. Ja. Ich habe wirklich hart geschafft die letzten sechs Monate für eine gute Hand dabei zu legen. Und die, die immer schon gesehen haben für sechs Monate da bin, die wissen das. Und ja, dafür sind ich froh. Ich freue mich auf die erste. Ich habe noch ein normales Programm weiße Fisch gemäß zum Mal Reis. Und ich weiß, weil eine Fünfe von der Woche geht immer mehr. Und ich hoffe, das ist dann nicht die nächste Fünfe von der Woche und dann noch ein paar. Fünfe von der Woche sind dran. Getaert. Aber die sind dran. Und ich habe schon mal an den Kopf gesagt, das ist die Knacken, die felfen auf Kilo. Ich werde dann gegen Heche und für mich das noch das erste Kilo machen kommen. Was? Was schmeckt die letzte? Hm. Booty. Booty, Booty, Booty. Was schmeckt die letzte? Ich weiß nicht, ähm, zehn Jahre noch mal. Ja. Okay, zehn Jahre. Aber das in den nächsten Videos. Aber ich weiß nicht, was ich essen habe. Aber ich gehe noch für dich an den Dusch. Wenn mein Freund nicht mehr heben könnte, er noch das Dusch besägt. Also, mein Hund riecht mir gerade am Arsch. Chip, riecht du gut? Ist es gut? Hä? Ich riecht noch fünf? So. Da geh ledig. Gehs her. Ist okay? Ja. Jena ist froh. Jena ist froh. Wie war das? Hey. Wie war das? Wie war das? Wie war das? Wir machen das Karte an der Bochengstunde, gell? Da warst du froh, hä? Wann bist du froh dann? Ja, da ist eine Kamera. Bip. So, getast. Ja, ich lasse. Moment. Weiß Reezers. Das ist gesperrt. Das ist gesperrt. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Das ist so geil. Damit entscheide ich mal den anderen für die nächste Komponation. Das ist so geil, so mein Pizzas fährt schon. Mein Pizzamot ist am Zustand bald schwarz. Darf ich es am Leif tun? Aber geil. Da sind sie schon. Ich kann es nicht so wissen, aber nicht so weit zu machen. Ein bisschen zu warm. Ich bin gerade am Himmel. Ich bin gerade am Himmel. Mega geil. Ich weiß, das ist ein tiefkühlt Pizzabed. Das ist mir egal. Das ist ein tiefkühlt Pizzabed. So viel Mengen. Sachen, die ich nur noch unbedingt muss. Probieren oder Pizza. Weil Pizzas fährt schon nicht mehr dazu. Das ist die Haare. Spekulatius. Und dann Giotto Spekulatius. Das war es. Und dann besser für mein Glas. Vielleicht man schon einfach Pizzotto an mein Glas. Ich bin gerade am liebsten. Das ist ein tiefkühltes Pizzabed. Ich bin gerade am Portillo. Das ist die Haare. Tschau. Also, mein Musterglas, das ich mit Schott tun kann, Spekulatius, da ist der Rittersport Spekulatius und dann drinnen ist das Birthday Cake von Ben & Javis natürlich. Ist gut. Was, der Kling ist gut. Hat's schon nicht gedacht. Mega geil. Rittersport Spekulatius wird ein bisschen ab bis von Lievkuch, aber noch Spekulatius. Bis Lievkuch. Bis Lievkuch. Bis Lievkuch. Definitiv. Bis Lievkuch. 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 Bis Lievkuch.